So, unser heutiges Thema handelt von einem Boxplot, wie man so ein Boxplot erstellt und zeichnet, beziehungsweise wie man ein Boxplot auch liest. Ein Boxplot ist ein Diagramm zur Darstellung von statistischen Daten. Als Beispiel habe ich hier eine Zahlenreihe mit verschiedenen Zahlen. Um ein Boxplot jetzt daraus zu zeichnen, muss man als erstes diese Zahlenreihe ordnen. So, jetzt haben wir diese Zahlenreihe geordnet, von klein nach groß. Und aus dieser Zahlenreihe brauchen wir jetzt fünf Zahlen, beziehungsweise fünf Merkmale, mit dessen Hilfe wir dann ein Boxplot zeichnen können. Das erste Merkmal einer Zahlenreihe ist der kleinste Zahlenwert. Das Minimum, das ist hier der kleinste Wert, das bezeichnen wir als Minimum. Dann haben wir natürlich auch hier das Maximum, das ist der größte Zahlenwert. Und wir brauchen ein Median. Der Median ist nicht der Mittelwert dieser Zahlenreihe, sondern das ist die Zahl, die genau in der Mitte dieser Zahlenreihe steht. Wir haben hier 13 Zahlen aufgeschrieben. Das heißt, die siebte Zahl in dieser Reihe ist dann unser Median. Zählen wir einfach mal ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, die L4 ist der mittlere Wert dieser Zahlreihe. Und das bezeichnet man dann als Median. Also kann man sagen, dass der Median die Zahlenreihe in zwei Hälften aufteilt. Einmal in die untere Hälfte, die dann von drei bis neun geht. Das ist die untere Hälfte. Und einmal eine obere Reihe, die dann von zwölf bis vierundzwanzig geht. Der Median selber ist weder in der unteren noch in der oberen Reihe enthalten. Und als nächstes müssen wir die Quartile berechnen. Die Quartile, das sind die Mediane der unteren und der oberen Reihe. Das heißt, wir nehmen uns erst die untere Reihe vor. Und aus dieser Reihe müssen wir nochmal das Median bilden. Und dieser Median heißt dann erstes beziehungsweise unteres Quartil. So, wir müssen jetzt aus der unteren Reihe den Median bilden. Und das ist jetzt nicht so einfach, weil wir haben jetzt ein Problem. Wir haben sechs Zahlen in der unteren Reihe. Und da haben wir jetzt also keine Zahl, die wir als mittlere Zahl hier nehmen können. Sondern wir haben eigentlich hier zwei Zahlen. Die 5 und die 7, die in der Mitte stehen. Und den Median hier draus berechnet man, indem man die 5 und die 7 zusammenrechnet. Das sind zwölf und dann durch zwei teilt. Das Ergebnis ist gleich sechs. Das heißt, sechs ist mein unteres Quartil. Und obwohl die Zahl da nicht steht, ist die 6 mein erstes Quartil, beziehungsweise unteres Quartil. Also man bildet den Median aus einer geraden Anzahl von Zahlen, indem man die beiden mittleren Zahlen dann zusammenaddiert und durch zwei teilt. Das Ergebnis steht zwar dann nicht immer in dieser Zahlenreihe, ist aber trotzdem gültig. Und wie gesagt, dann haben wir die 6 hier als unteres Quartil. Und genauso müssen wir vorgehen, wenn wir den oberen Quartil berechnen wollen. Auch hier haben wir sechs Zahlen in der Reihe. Und wir haben also keine mittlere Zahl, keine einzige Zahl, die wir als mittlere Zahl nehmen können. Und deswegen müssen wir hier auch zwei Zahlen nehmen. Die 15 und die 16. Und müssen daraus einen Mittelwert bilden. 15 plus 16 geteilt durch 2 ergibt 15,5. Und das ist dann unser drittes Quartil oder oberes Quartil. So, damit haben wir alle Werte, die wir brauchen, um ein Boxplot zu zeichnen. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben das Minimum, das Maximum, erstes Quartil, drittes Quartil und den Median. Diese Werte braucht man, um jetzt ein Boxplot zu zeichnen. Und um ein Boxplot zu zeichnen, brauchen wir jetzt einen Zahlenstrahl. So, in diesen Zahlenstrahl können wir jetzt unser Boxplot reinzeichnen. Als erstes nehmen wir dann den Wert des ersten Quartils, also die 6 hier. Und das zeichnen wir dann hier ein. Bei der 6 machen wir dann also einen Strich. Und das obere Quartil, beziehungsweise das dritte Quartil, ist 15,5. Das ist dann hier. Und jetzt können wir die beiden Linien verbinden, sodass ein Rechteck entsteht. Die sogenannte Box. Und in der Mitte dieser Box, beziehungsweise in dieser Box drin, ist das Median. Und das ist die 11. Das haben wir hier. Also müssen wir bei 11 hier eine Linie zeichnen. Das ist unser Median. Und jetzt müssen wir noch das Minimum und das Maximum einzeichnen. Das Minimum ist bei 3. Und da zeichnen wir so eine Art Antenne rein. Das ist die Antenne. Manchmal wird sie auch Whisker genannt. Und bei der 24 haben wir das Maximum. Und auch hier zeichnen wir eine Antenne bis zur 24. Und das ist unser Boxplot, der also aus 5 Teilen besteht, beziehungsweise aus 5 Merkmalen. Das ist das Minimum meines Boxplots. Da kann ich das Minimum ablesen. Da kann ich das Maximum ablesen bei 24. Der Median hier bei 11, der ist hier bei 11. Der ist dann in der Box eingezeichnet. Und die Grenzen der Kiste, beziehungsweise der Box, das ist das untere Quartil. Das ist das obere Quartil bei 15,5. Und so habe ich also diese Zahlenreihe, diese Datenreihe, dann zeichnerisch dargestellt. Und das Ganze nennt man dann ein Boxplot. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, schreibt mir einfach und ich versuche dann, die Fragen zu beantworten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.